I'll take a ride with my best friend Fan-Klopperei bei Depeche Mode Sänger Dave Garn gibt bei einem Konzert in Los Angeles gerade den Hit Never Let Me Down Again zum Besten. Plötzlich bricht in der ersten Reihe eine Rangelei aus. Der Frontmann sieht es trotz ausverkaufter Halle. Ein Superstar mit Herz für die eigenen Fans. Ganz relaxed schlichtet Dave den Streit vom Bühnenrand. Tatsächlich bricht die Rangelei aus, weil ein Konzertbesucher sich vor die teuren Plätze in der ersten Reihe drängelt, um dort minutenlang Selfies zu machen. Im Handgemenge wird ihm das Handy aus der Hand geschlagen. Streit geschlichtet, abklatschen mit dem Konzertrüpel, die Fangemeinde im Netz überschlägt sich vor Freude. Mit dieser lässigen Aktion hat Dave Garn seinen Heldensockel noch einen Meter höher geschraubt. Abklatschladown mit dem punctieren Haupts kat lubricant, abklatschen mit dem batt recreational Betten und mit dem featured интересen An vierden zum Beispiel zur Хarmeldomen. Abklatschlawn mit dem zweiten Teil desußischen drehen AG.